Herzlich Willkommen zu Jagdmister X zur Aufgabe B4 des Känguru-Wettbewerbs 2018. Welche der folgenden Zahlen kann als Summe von drei gleichen Zahlen und auch als Summe von fünf gleichen Zahlen geschrieben werden? Ist es die 12, die 10, die 18, die 20 oder die 15? Wenn wir eine Zahl als Summe von drei gleichen Zahlen schreiben wollen, dann muss diese Zahl durch drei teilbar sein. Schauen wir uns dazu einmal die Antwortmöglichkeit A an. Dort haben wir die 12 gegeben und 12 können wir tatsächlich durch drei teilen, denn es gilt, 12 geteilt durch 3 ist gleich 4. Und nun können wir die 12 dann auch als Summe von drei gleichen Zahlen schreiben, nämlich als 4 plus 4 plus 4. Also halten wir einmal fest, wenn wir eine Zahl als Summe von drei gleichen Zahlen schreiben wollen, dann muss diese Zahl durch drei teilbar sein. Wie sieht es mit Zahlen aus, die wir als Summe von fünf gleichen Zahlen schreiben wollen? Genau, diese Zahlen müssen wir durch fünf teilen können. Die 12 können wir nicht durch fünf teilen und deshalb können wir die 12 auch nicht als Summe von fünf gleichen Zahlen schreiben. Das bedeutet also, dass die Antwortmöglichkeit A schon einmal nicht die richtige sein kann. Schauen wir uns einmal die Antwortmöglichkeit B an. Können wir 10 durch drei teilen? Nein, das geht nicht. Also können wir 10 auch nicht als Summe von drei gleichen Zahlen schreiben. Können wir 10 als Summe von fünf gleichen Zahlen schreiben? Dazu müssen wir die Frage beantworten, ob wir 10 durch 5 teilen können. Und das geht, denn 10 geteilt durch 5 ist gleich 2. Und damit können wir 10 als Summe fünf gleicher Zahlen schreiben, nämlich 10 ist gleich 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Und dann gibt es in der Aufgabenstellung noch ein ganz wichtiges Wort, nämlich das Wort UND. Und dieses Wort sagt uns, dass beide Bedingungen gleichzeitig gelten müssen. Das bedeutet also, wir suchen Zahlen, die letztendlich durch 3 und durch 5 teilbar sind. Und welches ist die kleinste Zahl, die durch 3 und 5 teilbar ist? Das ist die 15. Und dann wären natürlich alle Vielfachen von 15 ebenfalls durch 3 und 5 teilbar. Also 15, 30, 45, 60, 75 und so fort. Und haben wir in den Antwortmöglichkeiten die 15 oder ein Vielfaches von 15 gegeben? Das haben wir. In der Antwort E ist nämlich die Zahl 15 gegeben. Und damit muss 15 auch die richtige Antwort sein, denn wir können 15 durch 3 und 5 teilen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.